Hallo, ich bin Dominik Burch, traditioneller Astrologe und in diesem Video schauen wir uns eine der wichtigsten astrologischen Ereignisse von diesem Jahr an. Und zwar ist das die Uranus-Jupiter-Konjunktion vom 21. April. Und die ist eben enorm bedeutsam und ist auch schon seit einiger Zeit im Aufbau und wir spüren die auch schon ganz markant und können die in den Weltgeschehnissen ganz gut beobachten. Ja, und ich habe dazu eigentlich schon viel in meiner Jahresprognose gesagt, aber wie versprochen folgt jetzt quasi noch die Detailanalyse und eben auch die astrologische Begründung dazu, zu viel, was ich für das Jahr prognostiziert habe in meinem Video zur Jahresprognose. Wir gehen dazu am besten gleich in das Horoskop rein vom 21. April. Ja, klar, das ist noch drei Monate weg, aber wie du sehen wirst, ist es eben schon ganz markant, wie sich das am Aufbauen ist. Das ist das Horoskop für den 21. April, wo wir dann eben sehen, dass wir hier unten im Zeichen Stier, auf 21 Grad Stier und 49 Minuten haben wir eben diese Uranus-Jupiter-Konjunktion. Und das ist ja eigentlich ein Aspekt, ein Transit, den man grundsätzlich in der Astrologie sehr positiv deutet. Damit verbindet man eben solche Dinge wie grosse technologische Fortschritte, so richtige Quantensprünge in der Technologie, auch in der Wissenschaft. Das ist das eine, aber das andere ist, dass Jupiter-Uranus-Konjunktionen mit grossen sozialen Unruhen auch assoziiert wird. Das steht für einen enormen Freiheitstrang, das steht für Rebellion, Revolution, Auflehnung gegen Unterdrücker oder gegen Machthabende und so weiter. Das ist also eine ganz wichtige Geschichte hier. Und wir wollen uns jetzt in diesem Video vor allem auf diesen zweiten Aspekt dieses Aspekts konzentrieren, eben was mit Rebellion, Auflehnung, Widerstand und so weiter zu tun hat. Diesen Freiheitstrang. Er ist wirklich ein ungeheurer Freiheitstrang, weil der Jupiter in der alten Astrologie steht eben für Freiheit. Und der Uranus in der modernen Astrologie steht eben auch für Freiheit und Revolution und Rebellion und sich Auflehnung. Und diese Kombination von Jupiter und Uranus, die verstärkt sich halt gegenseitig ganz enorm. Und dann haben wir halt hier wirklich eine sehr laute Signatur, die nach Auflehnung, gegen Unterdrückung, auch gegen Machthabende und so weiter steht. Es ist aber so, dass in diesem Fall, in diesem Jahr, das ist eine Konjunktion Jupiter-Uranus, die haben wir etwa alle 14 Jahre ungefähr. In diesem Jahr scheint die mir besonders markant zu sein. Und ich werde jetzt eben zeigen, wieso und wieso ich sie eben nicht nur ganz so positiv deuten würde. Für mich hat das ein paar grosse Haken hier mit drin. Ich finde, das war nach wie vor eine positive Geschichte, aber das wird auch seinen Preis haben. Schauen wir uns das mal genauer an. Wir haben hier eben diese Konjunktion auf 21 Grad Stier, aber gleichzeitig haben wir hier eine spezielle Situation, nämlich wir müssen uns hier die beiden malefikanten Planeten Saturn und Mars, die sind dann am 21. April im Zeichen Fische drin, die müssen wir ein bisschen im Auge haben, weil, wenn wir das uns genau anschauen, dann sehen wir, dass der Jupiter hier, der wirft einen Sextilaspekt vor diese Konjunktion und der Mars auf seinen 22 Grad Fische wirft einen Sextilaspekt nach, quasi hinter diese Konjunktion. Und wir haben also diese Uranus-Jupiter-Konjunktion, die ist umschlossen von den Aspekten oder von den Strahlen der beiden malefikanten Planeten Saturn und Jupiter. Und das ist eine ganz spezielle Signatur in der traditionellen Astrologie. Das nannte man zum Beispiel in der Antike eine Empiriskesis. Aussprache habe ich jetzt wahrscheinlich versaut. Ich kann ja kein Griechisch, aber es ist eine Empiriskesis. Und was das bedeutet, es ist eine malefikante Umschliessung dieser Konjunktion, quasi eine bösartige Umschliessung dieser Konjunktion. Man spricht manchmal auch von einer Belagerung, von einer malefikanten Belagerung. Und das ist eine der schwierigsten Aspektssignaturen, die man haben kann, ganz grundsätzlich in einem Horoskop drin. Und das haben wir eben hier genau, das ist genau der Fall am 21. April 2024, wenn eben diese sehr wichtige Uranus-Jupiter-Konjunktion stattfindet. Das heisst, symbolisch gesehen dieser Freiheitstrang, dieses rebellische Verhalten ist eben umschlossen, das wird belagert von den beiden schwierigen Planeten Saturn und Mars, vom Zeichen Fische her. Und das wird jetzt eben signifikant sein, wie du gleich sehen wirst. Es ist übrigens in der traditionellen Astrologie etwas umstritten, ob man eine malefikante Umschliessung nur mit harten Aspekten, also Quadraten und Oppositionen und Konjunktionen haben kann, oder ob das eben auch mit Sextilen und Trigonen geht. Ich persönlich bin der Meinung, das geht eben auch mit Sextilen, wie es hier der Fall ist, gehe aber davon aus, dass es hier einfach ein bisschen weniger heftig ist, als wenn es zum Beispiel aus einem Quadrat kommen würde. Das ist aber noch nicht alles, ja? Aber wir werden dann gleich darauf zurückkommen. Was ist hier sonst noch gegeben? Zum Zeitpunkt dieser Uranus-Jupiter-Konjunktion haben wir noch ein paar andere markante Dinge im Horoskop drin. Und zwar haben wir hier ein sehr markantes Quadrat von Pluto, der jetzt eben Wassermann steht, zur Sonne. Zur Sonne, die ebenfalls im Stier steht. Also die Sonne, die ist hier co-präsent mit Uranus und Jupiter im Zeichen Stier. Und das wird jetzt eben von einem sehr harten, dominierenden Quadrataspekt von Pluto angegriffen, sage ich mal. Und das ist eine heftige Geschichte, weil interessanterweise, als vor rund einer Woche der Pluto das Zeichen wechselte, vom Steinbock ins Zeichen Wassermann, geschah dies in einer Konjunktion zur Sonne. Pluto und Sonne waren in einer Konjunktion und sind dann quasi mehr oder weniger gemeinsam ins Zeichen Wassermann rübergewechselt. Und das zeigt einfach auf, dass die Sonne hier besonders wichtig ist in dieser Geschichte drin, was der Pluto angeht. Und das kommt jetzt einfach noch hinzu zu dieser malefikanten Umschliessung dieser Jupiter-Uranus-Konjunktion, haben wir einfach noch diesen harten Quadrataspekt des Plutos. Und der Pluto ist hier, wie wir in der traditionellen Astrologie sagen, in einer dominierenden Position. Der Pluto steht auf dem Zehnten, zehn Häuser oder zehn Zeichen von der Sonne entfernt. Und das ist einfach eine heftige Geschichte. Das wird sicher eine Rolle spielen. Und dann hat es hier noch eine andere Sache drin, die mich etwas beunruhigt, sage ich mal. Und das ist, dass die Jupiter-Uranus-Konjunktion auf 21 Grad 49 Minuten Stier, die ist halt schon verdammt nah am Fixstern Algol. Der Fixstern Algol ist hier, das ist hier nicht eingezeichnet im Horoskop, der steht hier ungefähr auf, ja, was sind das, vielleicht 26 Grad Stier plus minus. Und das heisst, dass wir hier weniger als 5 Grad vom Fixstern Algol entfernt sind. Normalerweise, wenn ich mit Fixsternen arbeite, möchte ich engere Konjunktionen sehen, 5 Grad oder fast 5 Grad ist ein bisschen viel, aber ich würde das hier nicht ignorieren wollen. Ich glaube, das hat hier Bedeutung. Was ist der Fixstern Algol? Algol oder Algul, das kommt vom Goul, von diesem, was ist ein Goul, so eine Art Dämonen, ja, ein übles, übles Wesen, so ein Monster. Und der Fixstern Algol, wie manchmal auch mit dem Kopf der Medusa verglichen, ja, das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriger Fixstern. Der gilt grundsätzlich als einer der schwierigsten, problematischsten Fixsterne im Tierkreis drin oder in der Astrologie drin. Und ja, wenn man dann so eine bedeutende Konjunktion der nahe bei Algol sieht, dann muss man schon ein bisschen aufpassen. Und der Algol, der steht halt ganz oft für extreme Gewalt. Ja, Algol kann für extreme Gewalt, für komplettes Ausrasten, für extreme, geballte, sich entladende Wut stehen, oft eine weibliche Wut von der Qualität her, die sich da entlädt. Also, es ist recht problematisch. Es gibt ja auch positive Dinge zum Algol zu sagen, aber ja, ich sehe hier ehrlich gesagt das Positive eher ein bisschen weniger. Höchstens im Sinne von dem, dass sich diese rebellische Energie, dass da drunter quasi so eine, oder dahinter so eine Art geballte, sich angestaute, weibliche, erdige Energie, dass die ausbricht. Ja, das könnte vielleicht so sein. Und der Uranus, um den es hier ja geht, in dieser Konjunktion, der steht halt an sich auch für das Disruptive, für das Unerwartete, für die plötzlichen, heftigen Veränderungen in der Welt. Also, wie wir sehen, wir haben hier ein Gemisch von Aspekten, die es ziemlich in sich hat. Und ich glaube, wir müssen das so anschauen und eben nicht einfach nur Uranus-Jupiter sagen, johe, toll, wir haben wieder eine Uranus-Jupiter-Konjunktion, tolle Sache. Das kann schon toll sein, deinem Resultat, aber bis man dann das Resultat hat, das man sich erhofft hat, der Weg dahin ist vielleicht nicht ganz so, wie man sich das gedacht hat. Also, das kann eben relativ heftig werden, vor allem mit dieser malefikanten Umschliessung und Algol und dem Pluto-Sonne-Quadrat, das ich hier aufgezeigt habe. Jetzt habe ich ja gesagt, dass wir das bereits sehen können. Wir sehen das ja bereits schon länger mit diesen Bauernaufständen und so. Und übrigens, muss ich vielleicht auch noch erwähnen, ich arbeite ja eben nach der traditionellen hellenistischen Methode, also das heisst, die Astrologie, wie sie in der Antike praktiziert wurde. Und das Spezielle daran ist, etwas vom Speziellen ist eben, dass wir mit sogenannten zeichenbasierten Aspekten arbeiten. Das heisst, dass wir die Konjunktionen, die beginnen, sobald die Planeten, zwei Planeten im selben Zeichen drin sind, unabhängig wie weit auseinander das sie sind. Die Konjunktion oder Co-Präsenz, wie wir sie auch nennen, die beginnt dann, wenn die beiden Planeten im selben Zeichen drin sind oder ein Aspekt sich von Zeichen zu Zeichen, also nicht nur Planet zu Planet, sondern von Zeichen zu Zeichen bildet. Und deshalb ist es eben so, dass sich diese Jupiter-Uranus-Konjunktion, die hat sich jetzt schon fast seit fast einem Jahr, ist die sich am Aufbau, nämlich seit der Jupiter im vergangenen Frühling ins Zeichen Stier reingegangen ist. Der Uranus war ja bereits im Zeichen Stier drin, aber im letzten Frühling ist dann der Jupiter dazugekommen und dann haben wir eben aus Sicht der alten Astrologie bereits eine Konjunktion, die im Aufbau ist. Die Konjunktion wird dann natürlich stärker, je näher die Planeten zueinander kommen. Und den extremsten Punkt, den stärksten Punkt haben wir dann bei der exakten Konjunktion, eben dann am 21. April in diesem Jahr, also in etwa drei Monaten erst. Bei dieser Konjunktion ist eben die Sonne mit von der Partie, weil sie eben dann auch schon im Zeichen Stier mit drin ist. Und aus der Sicht der alten Astrologie ist die daneben schon co-präsent mit Uranus, Jupiter und beginnt bereits eine Art Konjunktion, die sich dann noch vermehrt aufbaut, logischerweise. Und der Pluto hier im Zeichen Wassermann, der bildet dann eben bereits jetzt ein Quadrat, auch nicht nur mit der Sonne, das ist ja offensichtlich, aber eben auch mit Uranus und Jupiter, obwohl die rein von den Graden her noch sehr weit von einem Quadrat auseinander sind, fast näher an einem Trigon. Aber aus Sicht der alten Astrologie zählen wir das eben als ein Quadrat, weil die Zeichen in einem Quadrat stehen. Okay, zur antiken Aspektlehre mache ich vielleicht mal ein Einführungsvideo, ich bin mir noch nicht ganz sicher, sonst lernt man das auch in meinen Kursen. Und das ist jetzt eine gute Überleitung, wo ich dich ganz kurz belagere mit einem Werbesegment, das eben auch sein muss, nämlich, erst mal bitte Daumen hoch und Kanal abonnieren, falls dir dieses Video gefällt. Zweitens, wenn du mal möchtest, dass ich dein persönliches Horoskop nach dieser alten Methode analysiere und interpretiere und mit dir bespreche, dann kannst du immer eine persönliche Beratung über meine Webseite, das ist dominikburg.ch, da kannst du das buchen, findest du alle weiteren Informationen. Und ich biete ja auch Kurse an, wo ich eben diese alte Astrologie sehr ausführlich erkläre und auch sehr praxisorientiert ist das Ganze. Der nächste Kurs wird voraussichtlich im Mai, Juni oder so starten und alle Informationen dazu werde ich dann im Laufe des Februars auf der Webseite veröffentlichen. Also auch da gehe immer mal auf die Webseite, falls du daran interessiert bist und dann wirst du rechtzeitig alle Infos finden. Okay, soviel zur Werbung. Ich habe dich jetzt mit meiner Werbung quasi belagert. Ich hoffe, das war nicht zu schlimm. Höchstens ein Sextil. Wir gehen jetzt zurück zum 21. April, beziehungsweise eben diese Geschichte, die sich bereits am Aufbauen ist. Und ich möchte dir einfach zeigen, wie sich das jetzt bereits sehr, sehr markant in den Geschehnissen in der Welt manifestiert. Eben einerseits haben wir die Bauernaufstände. Wenn wir das sehen, es geht hier um das Zeichen Stier, Jupiter, Uranus, rebellieren im Zeichen Stier. Stier hat was, das venusische und lunare Erdzeichen. Das hat natürlich ganz viel auch mit Landwirtschaften zu tun. Also überrascht es nicht, dass sich die Bauern jetzt so stark in den Vordergrund setzen und rebellieren gegen die Verordnungen und Gesetze, die gegen ihre Interessen verabschiedet werden. Es geht aber noch weiter. Ich habe ja in meiner Jahresprognose bereits sehr betont, dass ein grosses Thema, das wir in diesem Jahr und auch in den kommenden Jahren im Auge behalten müssen, ist die Situation im südchinesischen Meer. Also der potenzielle Konflikt oder die Eskalierung des Konflikts zwischen der Volksrepublik China und Taiwan. Wir hatten ja vor zwei Wochen die Präsidentschaftswahlen in Taiwan und wie ich vorausgesagt habe, ist eben der entsprechende Kandidat der de facto Unabhängigkeitspartei der DPP, der wurde gewählt, ja, wie erwartet. Und das ist der Lai Ching-de, William Lai, nennt er sich auf Englisch, das ist der neu gewählte Präsident und der ist halt eben auch bekannt dafür, dass er eigentlich für Unabhängigkeit ist, der Insel. Und das ist der Kandidat, der Peking am unliebsten war von den drei möglichen Kandidaten, die da zur Auswahl standen. Und ja, der wurde jetzt aber gewählt. Also wir sehen jetzt bereits wieder dieses rebellische, das Aufstehen, das sich Auflehnen gegen die Unterdrückung und aus Sicht Taiwans ist natürlich die Volksrepublik China, sprich Peking, ist hier der Unterdrücker, ja, der sich täglich bedroht mit Militärflugzeugen und Kriegsschiffen, die da quasi Taiwan umkreisen und die Luftidentifikationslinien überkreuzen und Riesenprobleme. Es sind ständige Provokationen, ständige Drohgesten, die da passieren. Und das hat natürlich jetzt nicht abgenommen seit der Wahl dieses neuen Präsidenten, sondern das geht jetzt natürlich verstärkt weiter. Die Frage ist jetzt natürlich, wie, was sagt uns die Astrologie, wie geht das dort weiter? Was könnte da passieren? Und die grosse Frage im Rahmen ist natürlich, wird es eine Invasion geben? Weil Peking ist ganz klar, da machen sie keinen Hehl draus, wenn Taiwan sich nicht freiwillig der Volksrepublik China anschließt, und es ist eben keine Wiedervereinigung, weil Taiwan war nie unter der Herrschaft des kommunistischen Regimes. Wenn sich Taiwan nicht freiwillig der Volksrepublik China anschließt, dann sagt Peking ganz klar, dann werden wir das mit militärischen Mitteln erzwingen. Und man denkt da halt als erstes gleich an eine Invasion. Es ist völlig klar, dass eine Invasion, das wäre eine riesige Katastrophe für alle Beteiligten. Das wäre ein absolutes Desaster, das hat eine internationale Tragweite, wie man sich das kaum vorstellen kann. Das ist wirklich der gefährlichste Brandherd in der Welt, den wir zurzeit haben. Das ist meines Erachtens viel gefährlicher, als was man im Nahen Osten sieht, was man in Osteuropa sieht. All das ist auch schlimm, und vor allem für die Menschen, die darunter leiden, ist das natürlich sehr schlimm. Aber das Potenzial der globalen Tragweite, was im südchinesischen Meer schlummert, das ist noch eine ganz andere Grössenordnung. So, aber was sagt uns jetzt die Astrologie? Welche Hinweise gibt uns die Astrologie, wie das dort weitergeht? Wir kommen jetzt wieder zurück zu diesem 21. April, das sich eben bereits am Aufbauen ist. Und die Sinnhaftigkeit oder die Bedeutsamkeit dieses Horoskops, auch was die Taiwan-Frage angeht, die ist gigantisch. Und das möchte ich dir jetzt eben aufzeigen. Erstens mal, Taiwan ist jetzt quasi hier in der Rolle dieser Uranus-Jupiter-Geschichte. Die wollen Unabhängigkeit. Die sind de facto unabhängig, aber sie wollen eben auch als unabhängigen Staat letztendlich irgendwann mal anerkannt werden und eben auf keinen Fall von Teil der Volksrepublik China werden. Das haben sie jetzt ganz klar wieder gezeigt bei diesen letzten Präsidentschaftswahlen. Das wollen sie nicht. Die wollen unabhängig bleiben und demokratisch und so weiter. Und spannend ist, dass diese Konjunktion im Zeichen Stier stattfindet. Und das Zeichen Stier, das ist das venusische Zeichen, das venusische Erdzeichen. Und das ist das Zeichen, das für natürliche Schönheit steht, das Zeichen Stier. Und der alte Namen, den die europäischen Eroberer damals der Insel Taiwan gaben, war eben Formosa, die schöne Insel, weil sie eine natürliche Schönheit ist. Also die Taiwan ist die Insel Formosa, ist heute auch noch oft unter der Bezeichnung Formosa bekannt. Also wir haben hier die schöne Insel, die rebelliert und quasi unabhängig werden möchte, aber eben mit der Gefahr, wegen dem Fixstern Algol, dass sie dabei den Kopf verlieren könnte. Der Fixstern Algol hat immer so diese Qualität, man wird so wütend, ja, dass man den Kopf dabei verliert. So, das ist eine Geschichte. Und wir sehen jetzt eben, dass dieses Aufstehen, dieses sich Auflehnen gegen die Volksrepublik, wird belagert. Ja, wird eben belagert hier von den beiden malefikanten Planeten Saturn und Mars, wie ich gezeigt habe. Die belagern hier diese Konjunktion, zum Glück nur über ein Sextil, ja, sonst hätte ich dann echt sehr grosse Bedenken. Aber wo stehen die beiden? Die beiden stehen im Zeichen Fische drin, ja, im Wasserzeichen Fische, das für den Ozean steht. Also das Horoskop gibt es wirklich fast wörtlich ein Bild davon, dass diese Insel, die nach Unabhängigkeit strebt, Taiwan, wird vom Ozean aus belagert, ja. Ja, und wie gesagt, diese spezielle Aspektgeschichte, die wir haben, die wurde Belagerung genannt, ja. Und das ist tatsächlich ein Szenario, das jetzt eben eine hohe Wahrscheinlichkeit bekommt, ja. Das sagen auch, das sagen auch Militärexperten und so weiter, die sich da sehr viel besser auskennen mit der Materie als ich, was Taiwan angeht. Aber das Horoskop unterstreicht das, ja. Das Horoskop zeigt uns hier eine Belagerung vom Wasser aus, auf, ja. Was heisst eine Belagerung? Das könnte eine, eine um, quasi eine, eine, wie sagt man, ein Embargo, eine Seeblockade darstellen. Und das ist eine grosse Sorge, die man hat, ja. Weil China könnte das relativ unauffällig in die Wege leiten, weil sie eh die ganze Zeit mit, mit Kriegsschiffen Taiwan umfahren und, und in die Nähe fahren. Und dann können sie quasi die ganze Insel blockieren, von der Aussenwelt abschneiden. Und man geht davon aus, dass Taiwan, weil Taiwan ist derart abhängig von Importen, dass Taiwan in wenigen Wochen in die Knie gezwungen würde, falls China das tun würde, ja. und die internationale Gemeinschaft, vor allem auch die USA, die ja eben ein grosses Interesse daran haben, dass Taiwan unabhängig bleibt oder zumindest nicht Teil von China wird, die können da wahrscheinlich nicht so schnell darauf reagieren. Also das ist ein, ein Szenario, das ich hier für ziemlich wahrscheinlich halte. Ob das dann genau am 21. April ist, würde ich jetzt nicht davon ausgehen, das wäre dann astrologisch gesehen der Knülle, wenn das so wäre. Aber einfach das Horoskop von dieser Uranus-Jupiter-Konjunktion hat eine ganz starke Sprache in diese Richtung. Also da bin ich sehr gespannt, ob wir da was in diese Richtung sehen werden. Und es ist einem Sextil, das heisst, das Ganze könnte relativ, würde ich jetzt hoffen, gewaltfrei abgehen, wäre wahrscheinlich im Endeffekt die, nicht die schlimmste Lösung, sage ich mal. Das Schlimmste, was passieren könnte, wäre wirklich eine komplette Invasion oder eine Bombardierung von Taiwan, das wäre eine absolute Katastrophe. Das will niemand und will wahrscheinlich auch Peking nicht wirklich. Ja gut, also soviel zu Taiwan. Spannend ist, dass wir diese Geschichte, die ich jetzt beschrieben habe, quasi eine Belagerung vom Meer aus, die sehen wir inzwischen bereits an einer anderen Stelle auf der Welt und zwar mit den Handelsrouten durchs Rote Meer hindurch. Ja, hast du sicher mitbekommen, wir haben ja seit einiger Zeit diesen Konflikt im Nahen Osten zwischen den Palästinensern, die eben auch rebellieren auf eine sehr heftige Art. Am 7. Oktober war das dann sehr, sehr heftig und blutig gegen Israel und egal, wo man da jetzt steht politisch, spielt eigentlich keine Rolle, aber es ist sicherlich so, dass letztendlich die Palästinenser hier eben auch sich aufgelehnt haben und das einfach extrem eskaliert ist. Aber spannend ist ja, dass in der Zwischenzeit haben sich ja da noch andere Spieler mit eingebracht, unter anderem eben die Houthi-Rebellen im Jemen. Und die Houthi-Rebellen, die werden eben auch durch diese Jupiter-Uranus-Konjunktion symbolisiert, weil das ist der Rebell, das sind die Rebellen, die Auflehner. Und die haben ja begonnen, Schiffe anzugreifen im Roten Meer und auch Handelsschiffe, das ist eine ganz wichtige Handelsroute zwischen Europa und Asien, dann durch den Suez-Kanal. Und was ist passiert? Die werden jetzt eben auch belagert vom Meer aus. Also die westlichen Mächte haben da jetzt ihre Kriegsschiffe ins Rote Meer reingesteuert und eben, die belagern jetzt quasi die Rebellen hier vom Meer aus. Also wir sehen es gleich nochmals. Spannend an der Geschichte ist, dass den Aspekt, den ich hier aufzeige, diese Belagerung, die findet ja noch gar nicht statt, die ist ja noch gar nicht gegeben, sondern die ist dann erst in drei Monaten gegeben, wenn diese Konjunktion zwischen Uranus und Jupiter exakt wird. Aber spannend ist jetzt zu sehen, dass bereits jetzt im Aufbau zu dieser Konjunktion manifestiert sich die Signatur vom Horoskop, wie wir sie dann erst bei der exakten Konjunktion sehen werden. Ich weiss nicht, ob du mir ganz folgen kannst, aber das ist sehr spannend, dass das eben quasi bereits jetzt eine Wirkung zeigt, obwohl es quasi erst in der Zukunft liegt. Das wirbt natürlich dann wieder philosophische Fragen auf zum Konzept Zeit und blablabla. Dann möchte ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich denke, ich konnte hier mein Argument machen, ich weiss nicht, ob ich dich überzeugen konnte, kannst du sehr gerne in die Kommentare reinschreiben, aber das ist der Aspekt, die Geschichte, die ich in diesem Jahr am meisten im Auge habe. Das heisst natürlich nicht, dass alles andere, wie zum Beispiel Pluto im Wassermann, dass das nicht wichtig wäre, aber darüber werde ich dann noch, haben wir noch 20 Jahre Zeit, darüber zu diskutieren, werde ich sicher noch das eine oder andere Video machen, aber ich denke, für das Erste, für jetzt, ist es mal spannend einfach zu sehen, was da in drei Monaten quasi exakt geht und sich bereits jetzt abzeichnet und aufbaut. Und übrigens, fast hätte ich es vergessen, wir müssen nochmals zurück, du siehst, dieser Vortrag ist nicht geskriptet, ja, ich bin da ein bisschen am Improvisieren, wir sehen es noch an einer anderen Stelle, auf eine ganz andere Art und Weise. Wir bleiben bei dieser Geschichte, dieser Belagerung, ja, vom Rebellieren. Ich interessiere mich ja immer auch, was in den Vereinigten Staaten passiert, weil das immer eine direkte oder mindestens eine große indirekte Wirkung auch auf uns hat, weil wir mehr oder weniger Vasallen der Vereinigten Staaten sind. Was geht jetzt ganz aktuell gerade ab in den Vereinigten Staaten, nämlich an der Südgrenze zu Mexiko, zwischen Texas und Mexiko ist ganz aktuell eine sehr, sehr bedenkliche Geschichte am sich entwickeln, ja, nämlich die Vereinigten Staaten, die haben ja ein enormes Immigrationsproblem, dass quasi über die Grenze zu Mexiko unglaublich viele illegale Einwanderung geschieht, ja, wir haben nicht nur in Europa ein Migrationsproblem, sie haben auch eins in den Vereinigten Staaten und was jetzt passiert ist, dass Texas hat die Nationalgarde, ja, die staatliche Nationalgarde aktiviert, um die eigene Grenze zu Mexiko zu schützen, es ist aber so, dass die Landesgrenzen, das ist eigentlich eine Angelegenheit des Bundes, der Bund von Washington, darüber regiert Joe Biden und nicht Texas, aber Texas hat das jetzt in die eigene Hand genommen und die eigene Nationalgarde aktiviert, um die Grenze zu schliessen, damit da keine illegalen Einwanderer mehr über die Grenze kommen, und haben quasi den Zollbeamten, den Grenzwächtern, die eben Bundesbeamte sind, quasi gesagt, hey, ihr habt nichts mehr verloren, ihr könnt gehen, wir übernehmen jetzt. Und das ist natürlich ein enormer Konflikt zwischen der Bundesregierung in Washington und dem Staat Texas. Und der Staat Texas, der bekommt hier ganz viel, zumindest moralische Unterstützung von ganz vielen anderen Staaten in den Vereinigten Staaten, natürlich vor allem auch republikanisch regierte Staaten, aber wir haben jetzt hier quasi potenziell einen bewaffneten Konflikt, der sich da aufbaut. Und tatsächlich ist es so, dass jetzt auch in den Medien immer mehr das Thema Bürgerkrieg auftaucht. und wir dürfen nicht vergessen, dass Texas ist der zweitgrößte, mindestens einer der größten Staaten, der verhandelten Staaten, ich glaube ist der zweitgrößte. Flächenmässig ist Texas etwa doppelt so groß wie Deutschland, hat etwa um die 30 Millionen Einwohner, also das sind ziemlich viel, der Staat Texas an sich ist ziemlich groß und bekanntlich die Texaner sind bis unter die Zähne bewaffnet und das hat unglaublich viel Explosionspotenzial dort. Ich hoffe sehr, dass das nicht eskaliert, aber die Gefahr ist da und die Texaner sind jetzt hier eben diese Uranus Jupiter. Die werden von Uranus Jupiter symbolisiert, weil die lehnen sich auf, die rebellieren, im Zeichen Stier, da geht es um Grund und Boden und die sagen, wir haben unser Territorium, unser Boden und wir haben eine Invasion von illegalen Einwanderern und die Bundesregierung macht nichts dagegen und wir übernehmen das jetzt selbst. Damit gehen sie in den direkten Konflikt mit der Bundesregierung. Und spannend ist auch hier, dass in diesem Fall wird die Bundesregierung eben von den beiden Malefikanten Saturn und Mars repräsentiert. Das behaupte ich jetzt einfach mal. Und die belagern jetzt quasi mit ihren Gesetzen und Verordnungen diese auflehnerischen Texaner. Und spannend ist, dass eben Saturn und Mars stehen im Zeichen Fische drin. Und was ich auch schon etliche Male wiederholt habe auf dem Kanal, das Zeichen Fische hat was damit zu tun, Grenzen aufzulösen. Und die Bundesregierung hat mit ihrer Immigration Politik de facto die Grenzen aufgelöst. Und das ist ja genau die Ursache dieses ganzen Konfliktes dort in Texas, dass eben die Grenzen sind durchlässig. Und das ist das Zeichen Fische. Und wir haben jetzt eben quasi diese beiden Malefikanten, die eine Belagerung vom Zeichen Fische aus auf diese Texaner machen. Gut, auch das kannst du mir in den Kommentaren reinschreiben, ob du damit einverstanden bist mit dieser Deutung oder nicht. Aber das wollte ich hier noch reinbringen und hätte es fast vergessen. So, ja, aber ich glaube, das wäre es für heute. Wenn dir das gefallen hat, dann bitte gib dem ganzen Daumen hoch, Abo Kanal abonnieren, Abo dalassen, Daumen hoch und ja, wenn du eine persönliche Beratung möchtest oder dich für die Kurse interessiert, geh bitte auch mal an meine Webseite dominikburg.ch Ja, und ich glaube, das war es für heute. Dann sehen wir uns im nächsten Video und ich wünsche dir in der Zwischenzeit alles Gute. Tschüss.